Guten Tag meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen heute zu Kapitel 5, Punkte und Striche. Da geht es um Geometrie. Und wir beginnen mit einem Abschnitt mit dem schönen Titel Erinnerungen eines Namenlosen. Also die Anfangsszene dieses Kapitels, die spielt im Haus eines korrupten Athener-Politikers namens Antios. Neben ihm drehten auf ein zu Besuch weilender Truppenführer namens Menon, weiteres ein namenloser Knabe und schließlich natürlich Sokrates. Natürlich, denn wir befinden uns in einem Dialog von Platon. Der Dialog heißt Menon und gilt als eines der frühesten Werke von Platon. Es geht wie so oft in den Gesprächen des Sokrates um die Tugend und woher sie stammt. Und erstmals stellt Plato hier eine seiner Lieblingsideen vor. Nämlich, dass es ein Wissen gibt, das wir lernen, indem wir uns erinnern. In der unsterblichen Seele ist dieses Wissen bereits vorhanden. Wir gewinnen es zurück durch Widererinnerung, durch Anamnesis. Und dieser sonderbare Gedanke spielt für uns in dieser Vorlesung insofern eine Rolle, als er zu einem ehrwürdigen Rencontre von Philosophie und Mathematik gehörte. Denn Sokrates will, um seine Gesprächspartner zu überzeugen, die Probe aufs Exempel machen. So wird ein Knabe aus der Begleitung des Menon herbeizitiert. Ein Sklave, dessen Mangel an Bildung über jeden Zweifel erhaben ist. Durch geschicktes Fragen bringt ihn Sokrates dazu, einen geometrischen Leersatz zu entdecken, den ihn bestimmt niemand beigebracht hat. Also, so argumentiert Sokrates, hatte er ihn schon gewusst. Gewusst, nur eben unbewusst. Die bohrenden Fragen des Sokrates hatten verschüttetes Wissen ans Tageslicht gebracht. Fast wie im Verlauf einer Analyse auf der Couch des Dr. Freud. Also die ganze Episode dauert nur eine Viertelstunde. Dann verschwindet der Knabe wieder sank und kranklos, versinkt, wieder in seine bildungsferne Schicht. Er weiß weder, wozu die ganze Fragerei gedient hat, noch, dass sie ihm ein Viertelstündchen Ruhm eingebracht hatte. Besser gesagt, nicht Ruhm, denn niemand schien sich für seinen Namen zu interessieren, aber unsterblich. Sokrates und seine Gesprächspartner jedoch, die warten sich wieder vertugend zu. Ja, es ist kennzeichnend, dass Sokrates für sein Experiment ein Beispiel aus der Geometrie gewählt hat. Nicht etwa aus der Geografie oder der Physik. Also nicht etwa, dass Kreta eine Insel ist oder dass die Welt aus den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft besteht. Ein Satz der Geometrie, der wirkt es doch viel glaubhafter, dass er von jeher bestanden hat. Dem Knaben gestellte Aufgabe war, finde zu einem gegebenen Quadrat ein Quadrat von doppelten Flächeninhalt. Wir wissen natürlich, dass die Seitenlänge dieses Quadrats das Wurzelzweifache des ursprünglichen Quadrats ist. Also gerade so lang wie die Diagonale des ursprünglichen Quadrats. Sokrates vermeidet geschickt jede Rechnerei. Der Glaube kennt ja sicher keine Wurzel. Sokrates spricht auch nicht von einem Quadrat. Er spricht von einem Viereck, dessen Seiten gleich lang sind. Nun muss das natürlich noch kein Quadrat sein. Es könnte ja auch ein Rhombus sein. Aber Sokrates präzisiert, sicher anhand einer Skizze, dass auch die Diagonalen dieses Vierecks gleich lang sind. Somit ist nicht nur gewährleistet, dass das Parallelogramm ein Quadrat ist. Da hätte Sokrates ebenso gut sagen können, dass alle Winkel rechte Winkel sind. Er führt dadurch schon gleich zu Beginn des Frage-und-Antwortspiels scheinbar absichtslos die Diagonale ein, die dann schlussendlich als Lösung gefunden wird. Bis es aber so weit ist, lässt Sokrates den Knaben herumtappen und korrigiert geduldig dessen Irrtümer. Etwa erst auf die Idee, dass die Seitenlänge doppelt so groß sein muss. Oder zweite Idee, dass sie das anderthalbfache der ursprünglichen Seitenlänge ist. Sokrates versteht es natürlich wie kein anderer, ein Gespräch in die wünschte Richtung zu lenken. Und so zieht er dem Knaben zu guter Letzt die richtige Antwort aus der Nase. Diese Antwort ist nebenbei bemerkt ein Spezialfall des Pythagoräischen Leersatzes. Das rechtswinkelige Dreieck besteht aus den zwei angrenzenden Seiten des Quadrats mit Seitenlänge a, sagen wir, unter entsprechenden Diagonalen als Hypotenuse, dessen Länge c erfüllt, wie man sofort aus der Skizze sieht, die Beziehung c² ist gleich a² plus a². Also der Flächeninhalt c² des grünen Quadrats über der Diagonalen ist also das Zweifache des Flächeninhalts a² des ursprünglichen, des roten Quadrats. Hier noch einmal die Figur aus dem alten Text. Übrigens ist das entsprechende Problem im Dreidimensionalen, also zu einem gegebenen Würfel, konstruiere man, zirkel- und lineal, die Seitenlänge des Würfels mit doppelten Rauminhalt. Also das ist das berüchtigte delische Problem. Schon zur Zeit des Sokrates wissen sich die Mathematiker daran die Zähne aus. Und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannte man, dass es unlösbar war. Der Name des Problems übrigens bezieht sich auf das Orakel von Delos. Die Bürger dieser Insel hatten das Orakel während einer Pest-Epidemie befragt. Damals ist jede solche Pest. Und der Rat des Orakels, man möge den würfelförmigen Altar eines Tempels Vergrößerung zu einem Würfel mit doppelten Rauminhalt. Und der Bezug zu heute drängt sich natürlich auf. Offenbar bereiteten solchen schon damals den Mathematikerinnen und Mathematikern gewaltiges Kopfzauberchen. Und der Bezug zu heute drängt sich auf.